Ja, ich muss immer mal viel rauf, ne? Die Map kann ich langsam nicht mehr sehen. Ich gehe links. Und dann? Und dann, keine Ahnung, die sterben. Dann haben wir hier 20.000 per Crew auf dem Panzer. Mal schauen, wo die sich alle verteilen. Ja, ja. Ja, aber das stimmt. AP ist fast ein bisschen... Wahrscheinlich ist AP aber auch der Balance-Faktor von dem Panzer. Ich weiß noch nicht genau, wie weit ich hier vor soll. Ich versuche erstmal hier oben zu bleiben und schaue, was du aufmachst da. Ja, alles links mache ich jetzt nicht auf, ne? Der Light ist drüben. Der Light ist drüben. Ja. Ja. Ich gehe einfach mal... An der gleichen Stelle treffen sie sich immer, ne? Ja. Einfach mal quer über die ganze Map geschissen. Du meinst du vor? Ja. Rutsch mal eins nach. So. Ich gehe hier rein, wer ist zu tief. Ich muss bis zurück fahren. Ich komme mal erst hier hin vor. Ja, ich gehe nicht auf. Ich bin schon getroffen? Nein, er steht noch safe. Ah, gebounced. Oh, jetzt dreht er. Und jetzt? Das sehe ich nicht mehr. Das ist viel offen, ich meine, das war alles gespottet ist auf dem stb1 und objekt. Die waren noch nicht gespottet. Also links mache ich jetzt eigentlich alles auf. Du, 68 guckst du uns. Ich kriege den halt nicht rein, ich müsste nochmal da links um den ranzukriegen, ich müsste hoch zu dem Stein. Ich glaube links gibt nichts mehr kann das sein. Ich weiß es nicht einfach. Wie gesagt stb1, was musst du wissen. Dein Panzer. Naja, was soll ich sagen. Ich stehe wieder auf dem Campbügel. Lass mich mal ja vorne in den Busch fahren. Ich glaube da gibt es nicht viel Deckung mehr. Wenn jetzt da oben noch etwas kämpft, dann schreie ich. Ja. Dann ist safe. Dann bitte versuchen wir mal das Glück, ne? Also wenn du ganz außen an der Minimap ranfährst, dann... Ja, versuche ich ja. Dann sollte ich nicht aufgehen. Das Objekt ist auch nicht vorgefahren. Ja, aber auch die Medium Road ist gefallen. Gefecht, lol. Gegend im Gefecht verloren, ok. Der hat sich gesprankt, würde ich sagen. So ist einfach. Ich bin dann mal da. Jo. Oh, perfekt. Grüßt. Ich geh nicht auf. Komm nicht durch. Geh auch nicht auf. Boah. Ich hab den Frontal penetriert. Ich glaub ich euch Durchschlag. 2,46 Euro. Gut, dann geh ich mal vor. Mal schauen. Arti dürfte vor dir stehen. Ja, scheinbar. Also ich kann nicht bis ganz hoch rein snipen. Also ich muss auch ein Stück vor. Das ist nur ein STB ist noch zu. Die Grille ist unten. Okay. Ja. Durch jetzt. Das wird ne Scheißrunde für mich. Ja, für mich auch. Null Damage. Null. Nada. Niente. Hat noch genug Gegner. Da ist die Grille. Ja. Ja, will ich nicht anschließen. Ich hoffe. Ich hab die Kette getroffen. Ich den Panzer. Ja. Ich hab Damage. Ja. Ja. Ich hab nur getrackt. Wir müssen uns glaub ich noch ein bisschen beeilen ne. Also 8,6. Stb hat immer noch zu. Ja, der wird links außen stehen dann. Da ist er doch. Guck mal. Guck mal. Ja. Ja. Die hat gerade geäumt. Bist du ready? Ja, I'm ready. Dann schuze ich mein nächstes Video. Leo. Leo fährt zurück. Ja, gut. Leo ist raus. Einfach. Wo ist jetzt der? Puh, da. Der stand lustig bei vorne. Oh, 348 Damage. Ich glaube ich muss noch einen runterfahren. Das wird nichts. Ich cap jetzt euch raus. Ah, ja ist der Weg. Oh, der hat gar keine Lust mehr. Er hat ja auch nur 1900 und 500. Die Runde ging mal viel zu schnell. Ja, ja. Eine geht noch, ne? Hm? Jetzt bin ich gleich Stufe 43 auf dem Battle. Spaß. Ich weiß so. Halt wie weit unten ich bin. Ich weiß so. Oh, ich muss jetzt rücken. Sorry. Mhm. Jetzt setzt es auch so ein bisschen Manticore like, ne? Extrem schlechte. Also nicht extrem, aber schlechte die Pirmen. Ungenauere Waffe. Naja. Naja, ist okay. Kann man schön in die Mitte ran. Aber ein A2. EBS. Ich hab' ja geteakt. Ich hab' ja geteakt. Ja, nur 81. Ist ja gut. Du hast recht, fahr' ich in die Mitte. Wieder in meine Lieblingsposition. Und schmacht ja auch in die Uhr gefahren. Ich hab' ja geteakt. Ich hab' ja geteakt. Ich hab' ja geteakt. Schmacht. Der子... Babe, sagen wir, dass's eh beide EBS hoch wollen? bitte, bitte, bitte nicht. Gut. Despite dem Zug sogar, ne? Sind die mitm Zug sogar noch? Geil! Fangen wir alle beide um? Nee, nee. Aber die Gegner wollen beide um! M-m. aber ich habe jetzt nicht aber kann gar nicht so ein kinder eben schneider fächter viel spaß er hat verschlossen er hat sich nicht kommt das mal hoch kann man hier mit recken das wilde wieso könnte er mich einfach ja ist klar der habe ich durch die waffe gleich richtig ach leck mich doch am arsch jetzt ich habe eine kühle rausgenommen ja ich hab's gesehen du hast eine runde schon wieder er muss nur noch einer machen ich habe gar nicht ausgeprallt musste kommen jetzt am arsch weil er eben abprallen kann die hart ist voll auf dir drauf ja die will nicht das macht natürlich unser team da hinten steht einer rum da fährt noch einer rum da steht noch 20 die ds cool also noch in den punkt bis irgendein herumgerollert kommt hier erst die b1 ist raus dann wenigstens was was kommt denn da angefangen die b1 ist jolo das wenn ich mitgehen ach der tp schaut und der t kommt von hinten äh du hast glaube ich genug das will ich jetzt hier wo ich bin ich habe noch geäumt und das ist das wo ich sage die kann ist manchmal echt trollig aber richtig da lass uns mal schauen wo ich dir jetzt den ebon nicht penetrieren durfte wo ist mein handy ach hier mit heat na ja ich warte da kommt sieht man das dann ja jetzt sieht man ist gut da oben hat er nur panzer und das ding achte er und vom der schuss ist eigentlich hättet ihr abgeprallt sein sollen in den in den turn rein wenn schon denn schon aber der ist in den kranz stecken geblieben und ich habe noch nicht mal einen kritischen gemacht also nicht dass ich seinen kranz zur stelle einfach nur april stehen lassen nicht drüber denken das wollen jetzt vom panzer nehmen ja warte mal was anderes ja jetzt weiß ich nicht mehr hatte wo also denn warte mal kurz was anderes wird damit alle überraschen und ich war noch und ich habe noch nie das war euch tano und das werden kompeten das habe ich nicht auf dem für komische embleme drauf das sieht nicht so schlimm aus so gut bist du ready für den bestem panzer ever aber da mache ich was anderes also schon es ist dieser schlechte cd tank wieso ich weiß nicht wieso ich die ausgewählt habe und nicht das weiß ich bin kein heavy du bist keine ist egal egal bist du wohl nicht das ist wort panzer der schlecht ist warum hast du nicht das 907 genommen ich weiß nicht recht um war nein ich glaube in dem moment habe ich gedacht ich möchte nicht mainstream sein wie alle anderen das 907 ist und dieses komische gefährt und es heißt ein unique panzer bei der drinstehenden der wird ja ich habe das gleiche waffe drauf wie du ja was genau so dass picket hoffe ich so von daher also panzer hat er nicht gar nicht okay ich weiß nicht mehr vielleicht ist auch gar nicht so schlecht mit mir spielen aber und bis halt wenn du im petten dagegen hast dann spielst du halt lieber in petten und jetzt findet uns wieder kein gefecht ja mit dem siegen läufst du ja ja super und dann noch 6,6 sekunden habe ich und dann noch die scheisse seite die worte ist ja riesig da oben drauf ja ich glaube 400 meter oder 10 meter eigentlich wenn man hier ja wieso muss die seite sein ich hasse die ich finde die so viel schlechter keine gute seite ich versuche mal hoch zu fahren 248 durchschlag 400 damage 340 mit heat 60 mit taille 6,6 sekunden also gut lahm ist ja nicht muss ich sagen ja ich bin der einzige da vorne steht ne ja weil das jetzt geführt artigol ist ne also ja gut wir haben auch extrem viel händes aber die alle sich tot kämpften da hinten drin oh scheiße ich brauche so fragt ob unsere ehrenhundert vor der list das gefällt mir schon mal nicht 400 vor ihr ach der wird auf dem hin da hinten auf dem ding auf die kette mein freund ja erstmal gebraucht jetzt bin ich offen jetzt werden jahrtchen fliegen ohne 100 erst die 100 steht noch da hinten drin eine art sie hat bei derlexe wieder position einer mitte werden ich hab doch sichtweite oder gut snapshoten geht nicht für mich wieder offen da kommt was rechts gefahren müsstest du eigentlich den faktor ankriegen aber das problem ist die art ist schwer auf mir drauf ne weißt doch nicht warum aber ach Scheibe ich hab doch hier Zeug zurück mann ich kann den Panzer gar nicht ausspielen rückt echt froh das jetzt erst mal neben geschossen easy weißt du nicht wohin daneben aber daneben ich bin jetzt offen willst du mein freund kann man sich auch wegschmeißen was haben wir jetzt noch was fehlt eigentlich noch die tds jetzt mach ich bestimmt was ganz dummes oder aua ich ruhe immer noch im snipe der geht vielleicht jetzt öfter aber hast du hier drin ne aber da kannst du ja mal umladen aus rechts na ich krieg nicht auf na eigentlich müsste ich den aufkriegen aber jetzt ist andere seite gefallen wo steht die ttx ach dorthin ach der steht da rechts vom haus ha ha maus ja der flank ist gefallen danke und dann dreh dich mal um na jetzt schließt du mal auf die humwit na jetzt krieg ich den nicht mehr ran ist ja noch ein haus oder was jetzt jetzt na gut da ist sie weg oh ok der schuss war jetzt lucky warte ich wieder um ach da hinten ist der 100 noch ne der macht das jetzt geht aber nicht auf geht aber nicht auf ne er steht hinter häuser warte mal zack ach daneben oh hinter mir muss ich mich umdrehen ja oder ne ne alles gut ist gleich weg nein haus ja ja okay bist du bei mir ja irgendwie fehlt mir nachher vp wo ich bin offen einfach hinter uns gut mach den erstmal weg ich glaube ich soll zurück oder jetzt musst du zurück das kriege ich nicht mehr ran aua hat er hat uuuh ff hat er auch aber ich krieg jetzt keine nach zweiter hat er auch oder nimmt er alles raus da hinten dritte hat er auch jetzt habe ich hier drin ist nicht auch nicht gut ich habe auch hier drin alles ist mir jetzt egal ich habe mal kurz auf abheben na gut dann ich sie mir ist eigentlich wirklich nur noch der foch alleine da noch die drei arzten hinter und weil er wird schön hinten drin schon wird jetzt riesig aber da wird sie gleich fördert die lange leger nach noch nicht eins aber ich kenne mich noch langsam ja ach das ist eine art und eine art steht schon da ne zweite art jetzt auch kriegt er nicht rein sagen wir ja dann komm heran du musst komplett nichts rumfahren ja dann beeil dich ich bin schon dabei wo ich schaute zu dir hier jetzt ja da rein ich stehe nochmal mach ruhig ich brauche jetzt einfach weiter ich muss hilf von ihr ah oh leid zwei nice zwei oh kinderwerfer boah der war frech eine art hat oh zweite hat er da auch wir getrackten ich bin gar nicht oh was war das jetzt zum glück hat er zum glück hat er AP geschossen in die heat ja nicht hash warum ist jetzt mhm toll mein art ist jetzt nicht gut hoch ich muss jetzt den den i100 alleine rausschießen oder was komm ey das problem ist halt versuch mal zu dir zu kommen weil der fv kriegt mich halt rein wenn ich jetzt hier durchfahre ja kriegt er mich rein ich kann versuchen den e100 von hier von der wasserseite oh warte mal dann versuche ich den fv in der Mitte zu spotten ja kriegst du die die beiden sind nein 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 ich bin jetzt hm der fv wird jetzt oben nachrücken ist einfach hm so boah das wird jetzt echt scheiße das seh ich nicht soll ich zu dir kommen oder von der fv schauen ne wir brauchen kreuzfeuer selber aber gut wenn du es hochkommst dann brauche ich die a linie mal vor ne versuche da hinten hinzukommen oder vor der fachrohr als ob ich die a linie zurück zu fahren aber du aufgehst da ist ein arty dann hast du ein problem ja da hat schon einer hingeschossen blind wo hier hinten wo ich jetzt gerade stehe die fv krieg ich genau nicht auf die fv krieg ich genau nicht auf wie viel sichtweite hat der fv? kann der volle sichtweite haben? keine ahnung wahrscheinlich nicht äh oh scheiße naja steht safe offen ich war offen eine arty hat und jetzt ingas von der mitte her ja redshot arty schießt von der mitte her ist wahrscheinlich ja ja hatte ich es vorgefahren die schießen alle irgendwo von da oben ja super kannst du ihn hören daneben jetzt nicht mehr ja das ist ein haus riesenfettes haus sag was der spurt mich jetzt für die arty raus da haben wir einen oh keine werfe ich bin nicht durch der ist doch voll gleich ach steht ich wäre hier nur von der von der arty rausgeballert ich habe einen one shot gemacht viel spaß ich habe nicht mal den kinder vor mir haben alles one shots von fv ja jetzt habe ich noch einen schuss drücken nach oben in den balken rein und der gongst Frank rechts oh gut der ist äh oh oh ja keine chance naja aber ich kann doch nicht fünfmal quer durch die stadt fahren verstehst du naja ne das keine ahnung wir hätten einfach das objekt hat sich geschwästen sollen wir hätten einfach einen noch gebraucht der die stadt einfach zumindest dort stehen augeballt ja dann hätten wir nämlich was tun können aber ähm ja für eine sieben damage reicht halt nicht ja tp war nicht schlecht aber ja ich hätte fast noch mehr munition gebraucht dann wäre es noch ein bisschen anders angenehmer geworden aber ja also dpm von dem fisch ist schon geil muss man sagen gut ich glaube ich mache jetzt auch trotzdem feierabend ja ja ich auch aber es wären jetzt 1.900 basics gewesen schade zu viel gesnipert ich habe jetzt theoretisch heute hier 150 von dem tank von dem tank